Wie lautet das Kopfgeld-Ziel auszuschalten? Ich bin ne Panzerungsfiste Hallo? Ruhig nicht Können wir schon Notort machen Wer hat nen Lila hat ja noch Was nehm ich denn? Denk an die Muni nach Robert Wurde ausgeschaltet Gut gemacht Okay, Kopfgeld wurde ausgeschaltet Sehr gut Wenn wir diesen Ruftrag mitnehmen Ziel aktualisiert Diese Position sichern Oh, der Heli kommt her Blieb genau in unsere Richtung Ja Abgedreht Haut ab, bin geschossen Feind markiert Du bist blau Ich bin orange übrigens Ruhig auf dem Dach Mhm, da liegt einer K.O. Fast die Finish, der müsste bald tot sein Okay Hattest du den noch Oh, der schon da weiter war Der ist äh, weiter Ja, wir sollten mal nach, nachkommen Nachgehen Genau Greenhouse sind sie Ah, ja, ja, ja Gern gerade gepusht Ah, gut, okay Ich glaube, irgendwie von links werden die beschossen Wenn du nicht snipest Dann versuche ich mal über die linke Flanke zu kommen, ja Stehe unter Feind geschossen Ich versuche mal rechts zu Ne, ich nehme die Treppen Okay Vielleicht nicht die beste Idee ist Ich nehme mal mit Totenstelle einfach hoch Ich bin jetzt genau bei dem Auftrag hier gerade Wollte ich eigentlich ja nicht Ach so, dass du hast ja Ja Ich bin jetzt genau bei dem Auftrag hier gerade Aufrag abgeschlossen Aufklärungsdaten gesichert Drogen ist immer noch rot, ey Ja, da kommen sie genau Aktivität Hier, verhälft deine Ausgustungslieferung Von den Staaten, oder was? Mhm Das Gas kommt näher Neue Sicherheitszone wird markiert Der Feind springt über dem Gebiet Er wird heute wieder ab Ich hab hier nen Team Vibe Auch Team Vibe Sehr gut, der hat mir nen Arsch gerettet Irgendjemand Sehr schön Aber bei euch könnte noch Wenn man die Wenn man die Wenn man die Blendgranaten gut nutzt Das kann das hier so krass das Leben retten Na, hat das auf jeden Fall, ja Aber da sind noch Leute bei euch Oh, Robert Hier war noch einer Ich bin draußen Hier sind noch Hä? Hä? Wir sind schon wieder ganz woanders Ich denke in dem Haus ist alles clear Krass Hier sind ja noch zwei Oh Gott Wieder ganz woanders, ne? Ist ja überhaupt nicht in dem grünen Haus Ne, ich hab das von außen abgecheckt Die sind teilweise nicht Na, ich bin in dem Haus Sind sie halt übelst krass drinnen Na, egal Hat er die jetzt, ne? Er ist immer nur auf dem Dach Vom killt er die im Haus nicht? Die sind noch im grünen Haus, ja? Ja, na kommt man her Na, dann komm ich jetzt auch rein Aber unten Oh, unten ist aber keiner Na, jetzt sind sie weg, blubig Hier im Nebenhaus, wa? Jetzt sind sie im Nebenhaus, ja Na, das kann ja nicht sein Ernst sein, ey Ist es geblendet? Ich habe nichts Hä? Oben Ist es weggerannt? Oh, was? Du Hure In dem Haus drinnen jetzt? Nicht gegucken Hat er gestrand? Oben Hm Was für Nerd, ey Krass Hat er uns, passt hier, ey Der hat auch meine Sachen bei, ey Gönne ich mir noch deine FFR, du Bude Ich weiß nicht, ob das alles war Ich könnte, ich könnte nochmal ein Loadout holen Brauchen wir das nochmal, oder? Ist das Risiko eingehen? Ich glaube nicht Ich bräuchte eher eine Selbstwiederbelebung Und dann würde ich davon lieber noch Geld abzwacken, ne? Na, ich leg mal Geld hier hin Hat er sich jetzt, jetzt hat er sich das Geld genommen, ne? Naja, gut Ne, ich habe mir das genommen Ach, du warst das, okay Okay, gut, sehr gut Ich versuche mal zum Shop zu kommen Hm? Ein bisschen Blick Gasmaske gefunden, gut, dass wir keinen gekauft haben, sehr schön Hier in dem Haus ist nur einer drin Oben auf irgendeinem Dach Radarsuche wird gestartet Weggesnipert Jemand wurde weggesnipert Ich sehe niemanden Ja, der ist in dem Haus drin hier Wo der rote Marker ist Feindliche Drohne über uns Boah, brezi Wo kommt der denn her? Ich habe gar keine Ansage bekommen Ich stehe mal durchs Glas hier hinten Aktivität Alle Preise wieder normal Genau, woher er weiß Ich habe Geist, ich habe alles Er guckt mich an, weiß genau wo ich bin Hä? Hä? Ja Oben auf dem Dach sind die Krass Ist das im Ernst, ey? Einen habe ich, Team Vibe Sehr gut, sehr gut Das freut mich Das dumme Arschloch, ey Da muss ich jetzt Ich lande bei meiner Leiche auf jeden Fall nochmal schnell Ohne Ohne Hier ist alles noch, Robert, was du brauchst Ja Eine Gasmaske Wahrscheinlich sich beeilt Hier bei mir, bei mir Ist eine Gasmaske Eine Plattenkiste Eine Tasche Oh ja Das ist schon mal Unser Mates hinterher zu gehen Ja, mach mal Ich komme nicht nach Ja, okay, alles klar Okay, ich bin wieder ganz gut ausgerüstet Da unten ist nur nochmal das Loadout tatsächlich Könntest du ohne schaffen Ist der auch gerade rangegangen Genau, das versuche ich jetzt nämlich unnormal Ja, ich brauche Richtig, Geist wäre schon ganz gut eigentlich dann Warte mal, wir müssen hier irgendwie hochkommen am besten, ja Ja, von drinnen kommst du Ein bisschen hochgegangen Ja 160 Kilo kommen mit Jo, ich komme auch mit Meinst du, die sind Leute, oder? Nee, aber wegen der Position ist, glaube ich, oben besser Ah Hier ist das Treppenhaus Vorsicht, Sniper vom Prison Block wahrscheinlich Ja, sicher Wie immer Erstmal rechts lang Genau, wir gucken, ob hier irgendjemand ist Ne, sieht aber gut aus Leider unten sind es da Da dachte ich mir schon Achtung, verbündeter Präzisionsluftschlag im Anflug Verbündeter Präzi Lila ist tot Aber ich weiß nicht, von wo er beschossen wurde Ne, ich auch nicht Ist ja selbst wieder belebt Na ja, ich komme jetzt mal hinterher Gut aus Hier sind wir ja tatsächlich erstmal safe Na ja, das wohne ja Wo seid ihr? Ach, da seid ihr drin Okay Okay, okay Wo werden sie sein? Da müssen wir hin Von links auf jeden Fall kommen sie Also von 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 links Das sind halt auch nur so viele am Leben, ne? Nehme neue Position ein Lassen dran arbeiten Jo Einer ist K.O. Oben auf dem Dach halt, ne? Aber die müssen runter, wir nicht Ne, die können leider oben an der Kante noch bleiben Ganz außen Glaub ich, wahr? Aua Die Sohne bewegt sich anders, als ich vermutet hatte Einer ist runter gesprungen Mh Mh Jo 1,7 und 2 Leute, wo sind sie? Einen hatte ich jetzt hier grad noch Können nur irgendwo drinnen sein Oben auf dem Dach Mh, okay Ich sehe Aktivitäten Achtung, verwöhntet der Präzisionsluftschlag im Anschlug Jo, die müssen runter Mh Hat er sich jetzt selber mit seinem Präzis getötet? Das Gas breitet sich aus Neue Sicherheitszone gefunden Du musst diesen Mistkerl fertig machen Das ist nicht euer Ernst Der Klaas wird jetzt immer kleiner, ne? Ja genau, aber die können oben bleiben Die Seine 0 2 Das ist nicht, wir müssen noch eine ganze Zeit verkaufen Ingo ja hier oben ist noch einer da oben das gehabt was sie noch gewonnen haben werden hoch müssen wie geht das denn das kann doch nicht sein wie hat denn der das überlebt ich habe es nicht mehr gesehen jetzt am ende der hatte die konnten komplett bis vorne die mussten halt ganz alten schluss an die magas masken aufsetzen und dadurch sind konnte der jetzt dass ich wieder begeben und hatte noch die gasmaske auf so dadurch war er nicht sofort tot danach also glaube ich das kann nur so gewesen sein und meine gasmaske war schon im arsch deswegen bin ich relativ schnell gestorben meine o es ist schlecht das ist das war wirklich die bitterste niederlage hier mit im nachhinein auch mal kurz pause ich würde mal hier innen drehen ja oh mein gut ja ja ja